Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht, nur das traute hoch heilige Paar. Es war sehr schön, das muss ich sagen. Es waren sehr schöne Lieder dabei, die haben sehr schön gesungen. Es war alles in allem wirklich super. Sehr schön, sehr weihnachtlich, besinnlich. Es war eine sehr beeindruckende Show und war ein schöner Abend. Vielen Dank. Also die Stimmung hier, fantastisch. Einmalig eigentlich in so einem Fußballstadion. Der Kreuzchor hier aufzutreten mit den Weihnachtstättern, fantastisch. Du siehst in mir Krippe im nächtlichen Stahl, seht ihr bei des Lichtleins vergrenzenden Strahl. Beeindruckend, hat total Spaß gemacht. Erstmal Kreuzchor, er hat ja auch einen Namen und ich wollte ihn schon immer mal wieder sehen. Für die Kreuzchor kriege ich meistens keine Karten. Und deswegen war ich froh, dass ich endlich Karten fürs Stadion hatte, um ihn mal zu sehen. O, Ruh, Füße, O, Ruh, Füße, O, Ruh, Zine, Na den Blinden der Weihnachtstag. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020